Ein von Hand gemachter Bewässerungskraben, der immer noch existiert und funktioniert, ganz offensichtlich. Und hier, wenn man da mal weiter geht, da kommt irgendwie ein Loch aus der Erde. Das ist für Abwasser. Aber das ist alt. Das ist richtig alt. Hier kommt ein Metallrohr raus. Das ist jünger, sehr viel jünger. Und was ich viel faszinierender finde, ist die Bauweise. Weil das waren noch echte Handwerker. Das sind handgeschlagene Steine. Das ist neu moderne Technik. Für Hochwasser etc. blub blub. Aber das ist noch wirklich handgeschlagen. Auf der einen Seite einbetoniert, also eingegossen. Aber der Bogen, da kann man noch jeden Stein, jede Rille, jede Fuge, kann man noch erkennen. Ich kann aber leider auf dem Schlussstein für diesen Bogen kein Zeichen erkennen, wer es gemacht hat. Auf jeden Fall ist dieses Ding hier genauso alt wie unser Schloss. Also irgendwo 11. Jahrhundert. Und ich wette dafür, dass dieses Ding hier nicht nur zur Bewässerung oder Entwässerung unseres Wolfsburger Ländchen galt, sondern auch ein Verteidigungsring war für den Salzweg. Denn in diese Richtung, wo jetzt das Rohr rauskommt, geht es direkt zu der alten Salzstraße, die wir hier haben. Nämlich zu dem Kalibergwerk aus Wolfsburg. Es weiß kaum einer. Und die Gerüchte um diese uralte Brücke sind ja nun sehr, sehr merkwürdig. Und hier sind tatsächlich alte Wagen drüber gefahren. Wow. Mittelalter. Wie alt ist unsere Stadt? Mittelalter? Hm. Fangt mal an zu rechnen.